Okay, wieder zurück in Edge of Alternity. Wir sind nochmal an derselben Stelle und diesmal versuchen wir einfach wegzulaufen. Ähm, ich hab nochmal neu geladen, jetzt geht's anscheinend wieder. Problem ist, aber immer noch, äh, ich seh immer noch nicht, dass die Explosionsfalle von Luna funktioniert. Spiel, ich kann sprinten. Ja, safe point. Hm, danke. Okay. Au. We have promised to each other. We have promised to each other. Dammit, we walked into a trap. They planned to lead us here all along. What is this horror? A conclave. Sometimes, the Corroded band together and formed this abomination. It consumes everything. Animals, monsters, land, and humans. They chased us all the way here to feed us to it. What are our chances? The last time, the only time I saw one destroyed. It took two platoons and three mages to do it. We have to get rid of it if we want to go through. Don't get too close, it'll swallow you up. We have to use magic and attack it from a distance. Selene, Myrna, I'm counting on you two. Understood. I'll protect you from the ones coming up from behind. Gotcha. Ready? Let's go! Okay. Okay. Oh. Oh. Er darf ihn nicht mal versuchen anzugreifen, oder wie? Ich versuch's. Wir haben eh gespeichert. Ähm. Die anderen sind sowieso noch ewig weit weg. Ich hab natürlich kein Eis, Zauber. Okay. Okay. Mal gucken. Jetzt macht er dieses Verschlingen bestimmt, ne? Für diesen Defensebrecher. Ja, hab ich bekommen. Und jetzt ihre Eiskling. Mal gucken. Ja, guck mal. Der geht auch ordentlich runter. Ich muss Darien jetzt nur wegbewegen, oder? Ich riskiere es und mache einen Doppelschlag drauf. Ah, sein Karst ist gleich durch. Das heißt... Er wird dann wahrscheinlich gleich tot sein. Nö. Safe. Weißt du, sagen, hier geht er nicht zu nah ran und so. Einfach, safe, überlebt. Nochmal. Ist er jetzt gleich tot? Hört auf euch anzuschleichen. Euer Chef ist besiegt. Okay. Habe ich mir halt gedacht, dass man die Ads nicht unbedingt mitmachen muss. Komm, irgendwas Cooles? Nein. Sie hat uns cornered. Wie soll ich das passieren? Ich sollte es sehen. So, was wir jetzt tun? Wir können hier nicht sterben. Wir müssen hier finden. Wir müssen hier ein Weg aus. Du bist. Selene, Myrna. Ich werde ein Öffnen für dich. Du schaust. Ich werde sie zurück. Darien, du kannst dich nicht ernst sein. Wir werden es tun, oder nicht. Selene! Es ist mein Geil zu tun, um etwas für dich zu tun. Du hast ein Verhältnis zu diesen Villagern. Du musst finden eine Verkaufung für die Korrosion. Wenn jemand in dieser Welt ist es, ist es du. Du hast gesagt, du selbst. Du kannst hier nicht sterben. Myrna, helme meine Frau aus hier. Ich promise. Darien, ich... Nichts, ich werde nicht weit entfernt. Jetzt gehen! Folg mir, Selene! Ich muss sie zurückhalten, wie lange ich kann. Es ist lang genug, um Selene und Myrna zu weg zu kommen. Was hast du für dich erwartet? Komm und hol mich! Ach so. Die lange Nacht haben wir schon wieder. Ähm. Da heck. Ach nee, jetzt kommt sie wieder. Ähm. Ach nee, jetzt kommt sie wieder. Ja. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Wir müssen gehen! Es ist so schnell passiert. Was ist passiert? Warum? Sie sind noch immer folgt, Selin. Ich habe eine Prozesse mit deinem Bruder, und ich will es behalten. Also geht's! Wenn wir einen schönen großen Bogen drum machen. Wenn man die unbedingt feiten will, kann man das natürlich machen. Jetzt kommt noch irgendwas. Was mache ich hier? Das ist nicht so, wie Dinge passieren sollen. Ich gehe zurück, um ihn zu helfen. Selin! Du kannst nicht zurück da. Ich weiß über deine Missions. Both von ihnen. Alpharius hat mir gesagt. Du kannst dich nicht hier sterben. Nicht für dein Bruder. Nicht für jemanden. Dein Leben ist zu wichtig. Es ist nicht für dich, zu entscheiden, was ich kann und nicht machen. Ich werde ihn nicht verlassen. Nein. Du bist von deinen Emotionen, Selin. Du bist von ihnen zu gelungen. Du bist von ihnen. Aber sie sind für dich. Ja. Ich werde siest. Du bist zu sehen. Ich habe gesehen. Dinge. All das auch klar. Vor einem sehr lange. Jetzt. Wenn du mein Bellen erzählen. Wenn du mein Volk. Dann hast du keine Chance. Du hast nicht mehr zu stopfen. We will let fate be the judge of that. So be it. Lady Myrna. Crater, lend me your strength. Toll. Jetzt stehen wir natürlich zu weit weg. Ach so. Sie darf Traps planten, ja. Ja, in dem Moment, wo ich dich genug dran bin, selber Range Attack zu abziehen, ja. Ich hoffe gerade auf den Lightning-Effekt. Errungenschaft, Frage statt Himmlich. Jetzt kommt uns eine Special. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Ich bin verletzt. Hey, get to safety. They just keep coming. I can't go on. This time, it's my turn. What's happening? I can't move. It won't be enough. What? Your efforts are for naught. Your fight, for all its panache and bravado, won't keep your friends safe for long. These abominations will tear you apart, leaving those you vowed so fiercely to protect utterly defenseless. And all of this because you don't know your own power. A spoiled child, afraid of sacrifice. What is this? Who are you? The bearer of an invaluable gift. Whoever you are, get out of my head! I prefer to ask you this. What would you give to save her? How much is her life worth? What are you ready to sacrifice? Remember, the life of people you hold dear hangs in the balance. I... I will die for her. What the... What the hell is happening to me? This kind of feels like Deja Vu. And now? Hmm? I'm on the floor. I'm on the floor. I'm on the floor. Oh, what? Alter, vorher habe ich was gemacht. 300 Schaden bekommen. Und mal die... Ne, brauchen wir nicht, oder? Ich habe neuland gefuckt. Achso. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Okay. Take this! Take this! Take this! Okay, dass Selene ein Special bekommt, wusste ich. Das war gespoilert worden. Aber dass ihr auch was bekommt, das wusste ich nicht. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich hätte alles getan, um dich zu retten zu retten. Um dich zu retten. Wer bist du? Das ist der Grund. Es gibt keine Rückkehr. Ich... 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 ich verstehe... was passiert... ... zu mir? Es wird nicht lange, bevor der Universum auf dich fällt. Wie du jetzt bist, kannst du es nicht möglicherweise überleben. Aber ich werde dir helfen. ... Dors, petite étoile. Ton voyage est accompli. ... ... ... Les lunes sont tous tes soucis, resteront dans la nuit. Darion, vous êtes vivant! C'est une petite cat. C'est une petite cat. Qu'est-ce qui a tout ? J'ai l'impression que j'ai été misqués et à l'intérieur d'un coup de filet. Oh, je pensais que tu es allais mourir. Qu'est-ce qui a tout ? Comment avez-vous réussi à tous les maturer ? J'ai tous les maturer ? J'ai... J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis. J'ai pas de soucis, j'ai tu à peu de soucis au se déroulement. Oh, c'était j'ai super. Du bist jetzt schreit? Ich habe jedes Recht zu schreien. Ich dachte, du warst tot. Never do that again, Darien. Never again. Überlebende Erholungschaft. Schnell gucken, ob alles noch geht. Tasten gehen noch, ok. Neues Ziel. Nein, das ist nicht neu, das kennen wir schon. Zeig mal. Ok, wir sind jetzt komplett diesen Weg hier durchgerannt. Jetzt ist diese dumme Katze wieder da. Nichts hier irgendwie was? Nein. Das ist so faule Katze. Ihr seid Level 24. Ich habe auch einen stärkeren Gegner. Ok, da geht es runter irgendwo hin. Oh, looten, looten. Mein Item Detektor ist angegangen. Du sollst keine Gegner ausgraben, Viech. Ich habe doch nicht mal ein Item getrunken. Ok, hier kann man nicht drauf. Ok, hier kann man nicht drauf. Oh, was? Noch was? Kannst du mir jetzt eine ordentliche Waffe lootest? Dann kriegst du Streichleinheiten. Nein, nein, nein. Ach, Nägel. Katze. Böse Katze. Böse Katze. Was hast du noch mehr? Was hast du noch mehr? Ach. Halt, stopp. Also hier haben Leute echt ihre Tränke verloren. Wurde verbuddelt für den Notfall. Und wir klauen sie jetzt. Mhm. 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 So, Kissen links oder rechts an der Seite. Scheint nicht so. Ihr seid auch nur Level 24. Deutlich braucht Gegner Level 29 oder Höhe. Ja. 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 Götzü Okay. Leute, es ist echt was direkt neben der Tue. Priesterin-Stiefel. Ja, kann man nehmen. Gucken, wie weit wir jetzt sind auf der Map. Oh Gott. Ich fühle mich selbst. Es fühlt sich, als ob jemand mir geholfen hat. Sag, Selene. Ach so. Was hat er da auch noch? Eine Heilung. Sag, du hast mich gefunden. Sag, du hast mich gefunden. Sag? Nein, ich war nicht. Ja, heftig verprügelt, Junge. Sag, du hast mich gefunden. Sag, du hast mich gefunden. Ah, deine Frau hat mir gezeigt, was hinter ihr veneer ist. Und sie hat ein paar von meinen Rippen in der Zeit. Ich würde es nicht so sagen, dass es so ist. Okay. Katze, Buddel, was ordentlich ist aus. Du bist das schlimmer als der Item Detektor in Pokémon. Doh, du hast einein. So und ist ein paar Klinge. So und schau. So und ist noch ein paar Klinge. Du bist so ernestigt auf guter gewaltt, so schnell. One. Ich will commend your soul to the gods. Okay, das Spiel wird eindeutig, dass ich irgendwas mit Negern crafte. So, dann schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir haben dir überlebt. Wie lange haben wir uns folgen? Seit Hirasaur. Ich erinnere dich, die zwei Bounty Hunters. Wir wussten wir uns. Wir wussten uns. Wir wussten uns in den Pass of Ulthara. Aber dann habe ich herausgestellt, dass du einfach nicht schuldigst. Wir wussten uns nicht. Wir wussten uns nicht. Derrick und ich sind sehr gut. Wir wussten uns. Du hörst mich, Ultharius. Ultharius. Ich werde euch überlebt. Und ich werde euch überlebt. Oh, ist das über die books ich aus dem Tempel? Oh, ich weiß, sie sind oder zwei Jahre überlebt. Aber ich bin nicht fertig. Ich werde euch überlebt. Danke für die. Ich werde euch überlebt. Ich werde euch überlebt. Es ist nicht über die Books. Es ist über dich. Und die Alabaster Tablet. Wir wissen, du hittest es. Und wenn ich es nicht zu geben? Wir gehen zu Ihnen. Wir sind nicht nicht zu leben. Wir sind nicht aus, Gavinn. Wir kommen nicht zu Menschen für solche paltrigen. Dagegen. Fünf gegen zwei? Du bist ein bisschen mehr als du kannst. Dagegen. 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 Sie haben immer noch die Sachen zu bezahlen. Dagegen. Das Endless Chatter ist getötet worden. Komm schon, Gavin! Mach dein Ding! Mein Ding? Mach deine schlussenden, schlussenden Soldtricks, während du mich aus Fatal Blows schläfst. Oh, ja. Let's end this quickly. Aui. Bitte, Darien zuerst noch... WT-Bus. Können wir bitte wechseln? Ja, danke. Perfekt. Jetzt finden wir mal raus, wie viel Damage du bekommst. Okay. Das reicht. Okay, wie steht's mit Feuer? Jo, jo, jo. Auch keine Schwäche. Hm. Ähm. Warte. Was ist mit Eil? Eis. Eis, Eis. Schade. Ich dachte, das wird ein bisschen mehr Schaden machen. Was macht ihr da für komische Sachen? Magst du Blitze? Fak this! Hm. Mag er Wasser? Tja, kannst ruhig auf den, Carsten. Näs. So, du müsstest bitte den Trank nehmen. Du könntest das eigentlich auch tun. Und du castest da jetzt mal Rassel. Plopp. Okay. Oh, hat der entschuldigt? Mal gucken. Jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Hat er jetzt so von Gift? Mag er. Mag er. Auf jeden Fall. Was? Mit Feuer? Also ich hätte noch Erde. Oder noch mal Stab ins Gesicht. Abwehr und Kontern. Äh, tschüss. Ich hätte mal meine Charaktere so für Leben. Wie, der keine Waffen... Wir sind ausgewertet. Lass uns ausziehen, Derek. Ich behalte dich für dieses Debakel, Gavin. Ach, jetzt ist der schon wieder weg. Ihr wollt mich verarschen. Äh... Da müssen wir landen. Hä? Mein Master ist da oben. Lass uns ihn sehen. Äh, erstmal kontrollieren wir hier hinter dem Stein. Warte. Ah, ich doch gewusst. Okay. Ja. Na? Ja. Also die Sachen sind halt auch ziemlich eindeutig versteckt. Wenn da plötzlich mal so riesen Felsen irgendwo ist, wo man hinterlang gehen kann und sowas. Da kann man gern immer mit der Katze ablaufen. Am Rand der Maps oder so. Ein Stopp. Ja. Ich bin der Zukunft. Und das ist schon nicht so schwierig. Komm. So kannst du die Zukunft. Und das ist nicht wahr. Was hat die von echt, dass sie irgendwas gecraftet? Ich muss mal gucken, 35.000, 22.000 und 19.000 Erfahrung, jetzt schaffen wir noch so ein holographischer Lockvogel-Dings. Ich laufe hier noch ein bisschen rum, suche noch ein paar Items und dann sehen wir uns im nächsten Part unten, wenn wir wieder bei ihrem Meister sind. Ciao Leute!